Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht fünf Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels! Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann! Keine Bewegung oder's knallt! Bleibt alle auf dem Boden! Wenn sich wer bewegt, werde ich schießen! ...die Arme nehmen könnt, okay? Seid heute keine Helden! Keine Dummer, verstanden? Bitte schicken Sie ein Fahrer Ampel her! An alle Einsatzkräfte im Umkreis! Bewafteter Mann bedroht Bürger! Komm mit! Zum Tresorraum! Ich mache, was Sie sagen. Gewalt ist nicht nötig. Fühlen Sie sich stark, weil Sie kleinere Flaggen... Ich fühle mich reich. Und wenn der Kleine keine Dummheiten macht, passiert ihm auch nichts. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole... Wie viele Wachmänner unten? Zurück zur Patrouille. Schuss bereit? Ich, weit nicht. Sehe ich ne Waffe, schieße ich. Du machst mich nervös! Sag ihm, er soll's nicht tun. Liegt ganz an dir. Wie läuft's bei dir? Der Direktor hier ist artig und kooperiert. Wir machen alle, was man uns sagt, oder, Kumpel? Los, weiter! Damit kommen Sie nicht durch. Nicht Typen wie Sie. Schere dich um deine Probleme. Wenn du den Schulabschluss deiner Tochter erleben willst, lass deine Hände, wo ich sie sehe. Das gleiche gilt für den Wachmann. Meldung, dass ein bewaffneter Passanten bedroht. Bringt ihn aufs Revier. Denk dran. Sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Hör mir ganz genau zu. Ich will, dass du deine... Auf ihn! Schieß! Ich erwisch ihn! Bitte schicken Sie die Reparbe ab dir. Es wurden vermehrt Schüsse gemeldet. Für alle Wagen! Der Schlüssel ist auf dem Tisch! Niemand muss sterben! Ich muss nicht sterben! Allemann, Suche ist beendet. Wiederhole, Suche beenden, zurück zur Patrouille. Jesus, Maria und Josef. Jesus, Maria und Josef. Noch zu heulen! piece Monitorкий ministra Geniuses Wochen ... Verbann! Der Kopf ist da! Weg, los! Ach, mir wird das Geld haben! Schnapp das Geld! Wir hauen ab! Was ist das? Ich bin der Fall. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Unglaublich! Unglaublich, dass wir das gemacht haben! Wir sind reich! Wir sind reich! Ja. Auf uns beide! Klar. Wir müssen los! Wir sehen uns morgen! Es sei denn, ich bin auch vorbei! Ach komm schon, war ein Scherz! Hey, ohne dich, da wäre das gar nicht gegangen, das weiß ich! Fahr nach Hause, feier mit Sarah, schau morgen bei mir vorbei, wir teilen die Kohle! Ja, okay. Viel Glück! Man sieht sich, Kumpel! Hahaha! Hahaha! Ah! 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 Ah!